Das Leben als Minimalist kann dir den Alltag in vielerlei Hinsicht vereinfachen. Doch der Weg zum Minimalismus ist nicht immer ein Spaziergang. Deshalb besprechen wir heute 5 unangenehme Wahrheiten über Minimalismus. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Bevor wir gleich voll ins Thema einsteigen, abonnier bitte unbedingt meinen Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Minimalismus dauert. Heute beschließt du Minimalist zu werden und morgen ist deine Wohnung eine Wohlfühloase. Ganz so einfach ist es leider nicht. Tatsächlich wird es dauern, bis du erste Erfolge bei deiner neuen Lebensweise bewusst wahrnimmst. Oft haben wir nämlich verdammt viel Kram. Selbst wenn du dein ganzes Wochenende darauf verwendest, säckeweise auszumisten, wirst du immer noch sehr viele Dinge haben. Und es werden auch wieder neue Sachen dazu kommen. Hab also Geduld mit dir selbst. Versuche den Minimalismus stückweise in dein Leben zu lassen. Statt dich selbst zu überfordern. Du wirst sehen, dass dir viele Dinge mit den Jahren immer leichter fallen. Und dass sich der Minimalismus positiv auf verschiedene Bereiche deines Lebens auswirken wird. Minimalismus erinnert dich an deine Fails. Eigentlich wollte ich mal diesen Herbstkranz machen. Und einen Aufbewahrungskorb stricken. Und all meine überflüssigen Klamotten verkaufen. Und meine kranken Pflanzen umtopfen. Tatsächlich gibt es in unserem Leben so einige Dinge, die nicht so geklappt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder uns unterm Strich vielleicht auch gar nicht so wichtig waren. Durch Minimalismus werden wir aber gezwungen, uns immer wieder zu fragen, was wir brauchen und was uns eigentlich wichtig ist in unserem Leben. Dabei wirst du vermutlich auf einige unfertige Projekte stoßen. Oder auf Kleidung, die dir nicht so gut passt, wie erhofft. Oder auf Zimmerpflanzen, mit denen die Chemie einfach nicht gestimmt hat. Minimalismus erinnert dich also an die Dinge, die nicht so gut geklappt haben. Das Gute daran ist, du lernst dich selbst besser kennen. Und du kannst künftig entscheiden, wie du deine Energie, deine Zeit und dein Geld besser investierst. Minimalismus hört nie auf. Einmal aussortieren und dann ist gut. Das funktioniert leider nur in der Theorie. Unser Leben verändert sich ständig. Kein Wunder also. Dass sich auch in unserem Alltag immer wieder Gegenstände ansammeln, die wir plötzlich nicht mehr brauchen. Um dauerhaft minimalistisch zu leben, muss das Ausmisten also zu einem festen Bestandteil deines Alltags werden. Etwas, was du regelmäßig wiederholst. Lass dich davon aber nicht abstrecken. Denn natürlich wird es mit den Jahren leichter. Du wirst weniger shoppen und dich vermutlich auch von selbst häufiger fragen, was dir etwas bedeutet. So triffst du häufiger Entscheidungen, die gut in dein Leben passen und das Potenzial haben, dich wirklich glücklich zu machen. Nicht jeder versteht Minimalismus. Du bist so lahm geworden. Das musste ich mir tatsächlich schon anhören, weil ich einfach keine Lust mehr auf Shopping habe. Die Wahrheit ist, dass nicht jeder deine neue Lebensweise verstehen wird. Shopping und Konsum gehören bei den meisten einfach dazu. Und von vielen wird Besitz sogar mit Glück gleichgesetzt. Kein Wunder, dass du nicht überall auf offene Ohren stößt, was deinen neuen Lebensstil anbelangt. Wenn ich dir hier einen Tipp geben darf, was den Konsum anbelangt. Mir hilft es sehr, einmal im Jahr meine Konsumausgaben aufzulisten. Obwohl wir von Jahr zu Jahr mehr sparen und weniger konsumieren, falle ich immer noch regelmäßig vom Stuhl, wenn ich die Gesamtsumme sehe. Und frage mich, warum zur Hölle bin ich mit dem Geld nicht in den Urlaub gefahren? Wenn der anfängliche Schockdown erstmal vorbei ist, bin ich voll motiviert fürs neue Jahr. Und tatsächlich, von Jahr zu Jahr wird es dann auch besser. Minimalismus ist nicht einfach. Das brauche ich vielleicht noch. Das kann ich noch nicht aussortieren. Okay, wir wissen beide, dass du das Ding das ganze Jahr lang nicht benutzt hast. Aber trotzdem fällt es dir schwer, dich davon zu trennen. Das kann ich gut verstehen und das geht mir auch selbst noch oft genug so. Meistens hängen wir nämlich emotional an unseren Gegenständen. Mal abgesehen davon haben wir sie irgendwann ja auch mal gekauft. Sich einzugestehen, dass man sie gebraucht für viel weniger Geld verkaufen kann, als wir ursprünglich mal ausgegeben haben. Oder sie vielleicht gleich entsorgen müssen. Das tut weh. Es ist also völlig normal, dass Loslassen eine Herausforderung sein kann. Lass dich davon jedoch nicht abhalten. Es ist im Prinzip wie bei allen Dingen. Je mehr Übung du darin hast, desto einfacher wird es. Gewohnheiten zu ändern dauert. Vielleicht bist du es einfach gewohnt, regelmäßig zu shoppen. Dann ist es gar nicht so einfach, deinen bisherigen Lebensstil zu ändern. Hab Geduld mit dir selbst und behalte dein Ziel im Auge. Warum möchtest du Minimalist werden? Das wird dir dabei helfen, dauerhaft motiviert zu bleiben. Verzeih dir auch Rückfälle. Niemand ist perfekt. Ich hoffe, dieses Video gibt dir ehrliche Einblicke in die Schwierigkeiten beim Minimalismus. Ohne dich von diesem tollen Ansatz abzuhalten. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe, dein Jasmin.